So, herzlich willkommen zum zweiten Teil heute mit dem Thema Beitragsüberweisungen buchen. Das heißt, wie weit sind wir jetzt mit unserem Beitragseinzug? Wir haben bereits erledigt, das heißt, wir haben also eigentlich unseren Beitragslauf gemacht. Das Ergebnis des Beitragslaufs war eine Buchungsliste. Die Buchungsliste besteht aus den Zahlarten Lastschriften. Schauen wir uns mal kurz an. Buchungen, Buchungslisten. Diese Buchungsliste besteht aus den Arten, aus den Zahlarten Lastschriften, Einzug, Überweisung und Barzahlung. Die Lastschriften haben wir zur Bank gesendet. Die werden dann eben bei der Bank gebucht und in einem Posten gutgeschrieben. Die Überweisungen kommen, nachdem wir jetzt gerade vorher diese Rechnungen erstellt und versendet haben, jetzt langsam zu uns rein. Und hoffentlich würden wir diesen Barzahler dann eben auch noch abkassieren können. Ja, also den nehmen wir jetzt mal so nebenbei mit bei den Überweisungen. Wenn wir jetzt mal unsere Kontoumsätze abholen würden, und zwar machen wir das unter Buchungen, Banken, Übertrag. Wenn ich es finde, Buchungen, Banken, Übertrag, würde ich also jetzt, also das ignorieren wir jetzt mal, die sind alle nicht da, würde ich sagen, Kontoumsätze holen, dann ausführen. Dann müsste ich eben meine PIN-Nummer eingeben, also die ist jetzt hier nicht, machen wir mal kurz, das ist wurscht. So, jetzt müsste ich also meine PIN-Nummer eingeben, die ich natürlich jetzt nicht eingeben kann, weil ich keine habe. Und dann hätte ich also jetzt hier meine Buchungskontrolle aktualisiert, das heißt, also alle unverbuchten Kontoumsätze wären jetzt innerhalb der Buchungskontrolle. Wir sehen, wir haben ja bereits unseren Sammler eingenommen, das sind 38.123 Euro, das machen wir aber später. Jetzt kümmern wir uns mal um die, die tatsächlich Beiträge überwiesen haben, denn wir müssen jetzt eins realisieren. Wir haben innerhalb der Buchungsliste, haben wir jetzt, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, die Buchungen. Die Buchungen als offene Forderung. Also die Buchungslisten, alle Einträge in der Buchungsliste, entsprechen also auch diesen Einträgen hier in den offenen Forderungen. Hier finden wir jetzt die Buchungen dazu und diese Buchungen, die sind jetzt eben noch nicht gebucht. Das heißt, wir haben noch nichts eingenommen, aber wir erwarten Beträge. Und das machen wir jetzt. Diese beiden Seiten bringen wir jetzt zusammen, denn hier haben wir eben die entsprechenden Beträge als Eingang auf dem Konto gebucht. Ja, ich nehme jetzt mal einen Eingang vom Arndt Tim. Klick unten auf das Wort verbuchen und darauf öffnet sich jetzt eben eine Maske normalerweise, die hier so aussieht, mit offener Forderung verbuchen. Und wenn wir Glück haben, dann würde, was heißt Glück haben, Entschuldigung, darf man so nicht sagen, im Normalfall würde hier unten schon Art Tim stehen. Bei uns jetzt nicht, denn ich kann dieses System ohne echte Kontoumsätze nicht so gut betrügen, dass das wirklich funktionieren würde. Okay? Also ich bräuchte tatsächlich alles echte Buchungen, denn im Normalfall würden Sie jetzt hierher gehen, in der Buchungskontrolle, würden Art Tim anklicken, auf verbuchen. NetXP Verein würde automatisch eben die richtige offene Forderung schon raussuchen. Wenn nicht, gehen wir oben ins Register mit offener Forderung verbuchen, klicken alle offenen Forderungen anzeigen an. Das ist jetzt mal die ganz komplizierte Art und Weise und suchen uns unter dem Buchungspartner eben den Arndt mit DT Tim raus. Also das heißt, ich tippe hier, haben Sie es gesehen? Also ich tippe hier A-R-N-D-T, drücke die Taste Enter und jetzt sehen wir hier den Arndt Tim. Der Arndt Tim schuldet uns oder schuldet dem Verein 45 Euro. Wir erwarten von ihm, dass er 45 Euro bezahlt. Ich klicke jetzt mal hier und lasse mir mal die Kontoumsatzinformationen einblenden. Der Arndt Tim hat uns 45 Euro überwiesen. Das heißt, wir wollen von ihm 45 Euro, er hat 45 Euro bezahlt. Richtig? Ja. In der offenen Forderung, das hier unten, das hier oben ist der Kontoumsatz. Das hier unten ist die Buchung. Und jetzt verbinden wir diesen Kontoumsatz hier oben, das hier oben, diesen Teil verbinden wir jetzt unten mit dem unteren Teil mit der Buchung. So, das heißt, ich klicke das an, Sie sehen, Buchungsbetrag automatisch 45 Euro, Restbetrag 0, also wir haben keine Schulden, Mitgliedsbeiträge, wunderbar, wir buchen. Wir erhalten eine Buchungssummer 418. Okay, so weit, so klar, oder? Ja. Genau, nochmal, ich gehe jetzt mal her, diese Greta Braun, klicke die an, klicke unten auf Verbuchen, mit offener Forderung verbuchen, alle offenen Forderungen anzeigen, Braun, Enter, Greta, ist schon eingestellt, 110 Mitgliedsbeiträge, ich brauche keine IA-Stelle einstellen, die ist schon in der Buchung mit drin. Verbuchen, verbuchen, fertig. Jetzt kommt was Lustiges, schauen Sie mal, der Fricke Hans zahlt, das heißt, ich gehe jetzt mal her, das ist ein tatsächlich Beispiel aus der Realität, mit offener Forderung verbuchen, sag, ich brauche jetzt mal den Hans und finde den nicht. Ja, verdammt, wen zahlt denn der Fricke Hans, kenne ich nicht, wir haben so viele Mitglieder, den genau kenne ich nicht. Schaue ich mir mal die Kontoümsatzinformationen an, dann steht hier eventuell drin, Beitrag für Luis. Ja, wie heißt der Luis denn noch? Also, alle offenen Forderungen anzeigen, schauen wir mal, Luis, super. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, also der heißt Fricke Hans, Bauer, Burkhard, Fink, Freude, Fricke Luis, sehen Sie es? Das ist original, das ist original, sowas passiert in dem Verein, verspreche ich Ihnen, bei jedem einzelnen Beitragseinzug. So, folgendes. Der Fricke Hans überweist 55 Euro. Der Fricke Luis schuldet uns 45 Euro und in einer zweiten Buchung eins darunter, das ist der Hauptverein normal, aber er hat auch noch sparten Beitrag Fußball. Die erste Buchung landet im Konto 110 Mitgliedsbeiträge Hauptverein. Die zweite Buchung landet unter 1105 Beiträge Fußball. Das macht nichts, denn ich kann hier trotzdem beide anklicken und markieren. Das kann ich nicht hier in der Mitte, Sie hören es, sondern das kann ich nur ganz vorne links klicken und runterziehen und dann die Maus auslassen. Und jetzt habe ich einen Buchungsbetrag von 55 Euro, Restbetrag 0. Es kann passieren, dass diese Zeilen irgendwo auseinander liegen. Dann müssen Sie folgendermaßen vorgehen und zwar klicken Sie auf die erste Zeile, drücken die Taste STRG auf der Tastatur und bleiben mit dem Finger drauf und markieren dann die zweite Zeile. So kann man zwei oder auch drei, vier, fünf, sechs Zeilen markieren, die nicht nebeneinander liegen. Jetzt wie gesagt, Fricke-Lewis markiere ich diese beiden Zeilen, die sind markiert. Ich ist eingestellt auf Mitgliedsbeiträge und auf Beiträge Fußball. 55 hat er überwiesen, 55 erwarten wir, Restbetrag 0 verbuchen. Neue Buchungsnummer. Okay? Ja. So und jetzt kommt nochmal was, auch genau so ein Fall. Nochmal eine Stufe mehr und zwar überweist die Hirtreiter Eva. Das heißt, ich gehe auf die offenen Forderungen und suche dann unter allen offenen Forderungen den Buchungspartner Hirtreiter. Den finde ich nicht. Dann schauen wir mal. Eva. Finde ich wieder nicht. Dann schaue ich mir den Kontoumsatz an und da steht dann drin für NOA. Wie heißt der NOA, wenn er nicht Hirtreiter? Also schauen wir mal. NOA. Da habe ich jetzt insgesamt, poah, ziemlich viele hier. Was würden Sie jetzt machen? Telefonierung. Ich persönlich bin, ich telefoniere unglaublich ungern in so einem Fall, weil da muss ich abends anrufen und hoffen, dass die dann, und wer ist dran? Und ja, ich würde jetzt folgendes machen. Schauen Sie mal, ich gehe jetzt auf 45 Euro. Schauen Sie mal. Hager NOA, 15, 10, 25 Euro. Kann nicht sein. Kaminski NOA, 25 Euro. Kann nicht sein. Klug NOA, 45 Euro. Ja, und dann Cruiser 45. Also dann geht so nicht. Richtig? Ja. Aber man kann auch den Zahl auch ausfiltern. Dann gucken wir, wer dazugehört. Genau, richtig. Man könnte also jetzt eben in die Mitglieder reingehen, aber meistens steht dann beim Zahler auch dann hier der NOA drin. Also das ist eben schwierig und in dem Fall müsste man jetzt fast anrufen. Eigentlich oder auch wieder nicht, denn ich habe eine Rechnung erstellt. Wissen Sie es noch? Das hat jetzt noch keiner gesehen. Und schauen Sie mal, das sind die einzigen Buchungen, für die eine Rechnung erstellt wurde. Was sind dann das hier für Buchungen, bei denen keine Rechnungsnummer dabei steht? Haben gar keine Züge. Das sind die Lastschriften, die würden ja nicht überweisen. Und jetzt schauen wir nochmal. 15 Euro, hm, nö. 10 Euro, hm, nö. 45 Euro, hm. Und da unten 15 Euro, hm, nö. 10 Euro, hm, nö. Also klar, der ist der klug NOA. Okay? Ja. Den markiere ich dann, klicke wieder auf verbuchen und damit ist das Ganze abgeschlossen. Und jetzt ein Tipp von mir. Jetzt gehen Sie auf Mitglieder, suchen Sie sich diesen Notenbuch raus. Also das ist, wie gesagt, ich mache sowas täglich. Öffnen den, gehen auf Kontodaten und schreiben bei Kontoinhaber oben rein, Eva, Hirt, Reiter. Wenn die heute schon bezahlt hat für ihn, oder dieses Jahr, dann wird die sicher auch die nächsten Jahre für ihn bezahlen. Okay? Hoffen wir es für ihn. Ja, ich weiß, das ist, ich glaube, jeder, der heute zuhört, der weiß, was ich meine, oder? Ja, genau. Das sind diese ganz lustigen Suchereien, die also hier immer wieder vorkommen. Ja, jetzt gibt es aber noch zwei kleinere Beispiele, also zwei positive, also ein positives und ein negatives Beispiel. Ich suche mir jetzt mal zwei raus. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie ich diese Übungen erstellt habe. Und zwar nehme ich jetzt mal eine offene Überweisung, nehme jetzt mal den Block Fabian, der müsste 45 Euro zahlen. Also Block Fabian, 45 Euro. Und dann nehmen wir uns noch den Kessler Luca. Und der müsste 90 Euro bezahlen. So, und wir simulieren jetzt halt eben zwei Kontoumsätze von der Bank. Das haben wir mal gesehen, wie ich das mache. Das geht ganz einfach. Ich gehe auf Buchungen, Kontoumsätze, sage hier unten neuer Kontoumsatz. Schreibe dann da rein. Fabian, Fabian, Block. Heute hat er bezahlt, und zwar 45 Euro Beitrag. Nein, hat er eben nicht. Der hat jetzt mal nur 40 Euro bezahlt. Warum auch immer, gibt es immer öfters, dass die Leute einfach was anderes überweisen. Weil es angefordert war. Und dafür überweist der Kessler Luca, der überweist uns 100 Euro. Gut, also wir sind wieder in unserer Buchungskontrolle und haben jetzt zwei neue Eingänge. Einmal 40 Euro vom Fabian Block und einmal 100 Euro vom Luca Kessler. So, wir schauen uns mal diesen Fabian Block an, klicken wieder auf mit offener Forderung verbuchen und wählen jetzt mal eben den Block aus Fabian. Also, er hat bezahlt 40 Euro, er schuldet uns 45 Euro. Sehen Sie das? Restbetrag minus 5 Euro, das geht natürlich nicht. Das heißt, ich würde ihm natürlich gerne 45 Euro zubuchen, aber er hat ja insgesamt nur 40 bezahlt. Also, können wir als Buchungsbetrag natürlich auch nur 40 einstellen. Richtig? Weil ich kann ja nicht mehr buchen, als er bezahlt hat. Gut, stelle ich hier 40 Euro ein, klicke auf verbuchen. Das Ding ist verbucht. Der Kontoumsatz ist weg hier drin, sehen Sie das? Schauen wir mal, wie die offene Forderung ausschaut dazu. Ob es hier noch eine offene Forderung gibt. Und wir sehen, jawohl, es gibt noch eine offene Forderung. Alle anderen offenen Forderungen vorher, die wir gebucht haben, die sind jetzt weg, weil die ausgeglichen wurden. Die hier besteht weiterhin. Jetzt können wir entscheiden, was wir machen wollen. Vielleicht hat der ein bisschen später angefangen oder er war lang krank oder je nachdem. Also, es kommt jetzt immer auf den einzelnen Fall an, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, was hier jetzt los ist, gibt es jetzt zwei Sachen. Entweder ich rufe die an und sage, ihr müsst mir 5 Euro überweisen. Oder ich schreibe denen einen Brief, eine E-Mail oder sonst irgendwas. Oder ich sage, mein Gott, ich verzichte auf die 5 Euro. Und wenn ich das machen will, dann markiere ich. Nur, wenn ich auf diese 5 Euro verzichten will. Wenn ich die nicht mehr haben will von ihm. Okay? Schauen wir mal ganz kurz, schauen wir mal auch auf Rechnungen. Auch die Rechnungen hätten jetzt eben diesen entsprechenden Status Teilzahlung. Sehen Sie das? Wenn es also ein Mahnverfahren geben würde, dann würde natürlich auch hier diese 5 Euro angemahnt werden. Das ist ja richtig, das ist ja völlig klar. Jetzt gibt es auch natürlich viele Vereine, die sagen, du, das hat ja einen Grund, warum dir so wenig bewiesen hat. Weil ich sage, vielleicht war er lange krank. Dann markieren Sie diese offene Forderung und klicken Sie unten rechts auf Teilzahlung abschließen. So, jetzt wurde diese Teilzahlung abgeschlossen. Das heißt, die Buchung insgesamt wurde von 45 auf 40 Euro gesenkt. Das bedeutet, in den Rechnungen sehe ich keine Teilzahlung mehr. Ja, gut, das sehe ich jetzt noch. Ich müsste den NETXP-Verein jetzt einmal neu starten. Und dann würde ich die nicht mehr sehen. Weil das, man geht nicht davon aus, dass man das also direkt nachher anzeigt. Ich muss einmal Datenbank reorganisieren. Okay. Also das wäre jetzt eben eine abgeschlossene Teilzahlung gewesen. Und jetzt haben wir den zweiten Fall und zwar eine sogenannte Überzahlung. Das heißt, dieser Luca Kessler hat also jetzt eben bezahlt. Aber er hat natürlich deutlich mehr bezahlt, als er eigentlich zahlen müsste. Das heißt, wir klicken jetzt wieder auf Verbuchen. Suchen uns aus den offenen Forderungen. Eben, alle offenen Forderungen suchen wir uns den Kessler raus. Und sehen, also die beiden müsste er zahlen. Klicken, markieren. Buchungsbetrag 90 Euro. Er sagt, du warst auf, du hast aber 100 bezahlt. Er sagt jetzt schon, du Restbetrag werden 10 Euro werden. Okay. Ja. Aber die beiden hat er bezahlt. Verbuchen. Ist erledigt. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier eine Buchung über 100 Euro. Ist der gesamte Buchungsbetrag. Jetzt bereits verbucht wurden 90 Euro. Was machen wir jetzt mit dem Rest? Spende. Richtig. Ganz klar, ist eindeutig eine Spende. Verbuchen. Und dann eben hier nicht 1100. Das ist jetzt eine Buchung ohne einen offenen Posten. Weil für das gibt es jetzt keine Buchung. Weil das ist jetzt ganz unvermittelt passiert. Eben durch eine Überzahlung. Des, äh, des Mitglieds. Und jetzt buche ich jetzt auf 1101 Spenden. Ohne offene Forderung. Und klicke auf Verbuchen. Jetzt habe ich eine Spende gebucht mit, äh, 424. Okay. Diese Buchung ist weg. Und weil ich jetzt ein ganz netter Mensch bin. Weil ich jetzt ein netter Schatzmeister bin. Bekommt er sogar von mir noch eine Spendenküttung. Und genau. Und das mache ich unter Buchungen Journal. Suche mir in meinem Journal die Buchung raus. Diese 10 Euro Buchung vom Kessler Luca. Den ist es hier. Mache einen Doppelklick drauf. Und klicke unten auf Spendenküttung. Dann sage ich, das ist der Kessler. Ah, der kennt ihn nicht. Sekunde. Nochmal schließen. Gehen wir nochmal ganz kurz her. Müsst du sagen, tu pass auf. Das hier ist der Kessler Luca. Jetzt kennt er ihn. Gesehen? Jetzt ist die Zeile grün. Und jetzt sagen wir Spendenküttung. Und jetzt sagt er sofort die Spendenküttung. Also es wurde erfolgreich eine Spendenküttung erstellt. Und diese würden wir jetzt finden unter Finanzdaten. Und dann Spendenküttungen. Und hier sehen wir also einen Kessler Luca für 10 Euro. Fertig. Und Sie sehen alle, wenn man das sauber macht, so, ja, ein Software kann sich dem Verein immer anpassen. Wissen Sie? Natürlich kann man jede Software jedem Verein anpassen. Was das Ganze natürlich nicht einfacher macht, weil es Grundgerüst in jeder Software relativ starr ist. Oftmals ist es aber besser, wenn sich der Verein ein bisschen der Software anpasst. Denn, ich glaube, das ist sehr easy hier bis jetzt. Oder war das schwer? Nee. Genau. Ja. Und jetzt kommt noch einer, so ein Held. Und zwar kommt jetzt noch unser Barzahler. Der steht plötzlich vor uns und sagt, du, wir sehen den Lauf und sagen, bleib mal, ich stehe hier. Du musst noch deinen Beitrag zahlen. Und das geht dann noch einfacher. Und zwar steht der vor uns. Wir holen uns Buchungskontrolle. Offene Forderung. Schauen wir mal, wo ist denn die offene Forderung diesem Barzahler gegenüber? Die ist hier. Buchungsliste von. Buchungskonto, Barkasse. Barzahlung. Bartl-Erik. Kassieren wir 45 Euro. Macht mal einen Doppelklick drauf. Der weiß schon an die Kasse. Haben wir eingestellt. 45 Euro. Der sagt, natürlich haben wir jetzt auch 45 Euro kassiert. Der sagt, natürlich gehört das auf Mitgliedsbeiträge. Der weiß alles. Verbuchen. Danke Erik, du bist deine Schulden los. Und jetzt drücken wir eben diese bereits Bezahlte Rechnung in die Hand. Fertig. Mehr ist es nicht. Und Sie sehen, das ist easy. Das ist reines Ausmerzen. Okay. Gibt es dazu zu diesen Überweisungs- oder Barzahler noch Fragen? Nein. Okay. Dann.